Schönes Dachgeschoss, Zweitbezug, Bettmannen und Buchspart, Gäste-WC, Westterrasse, großes Wohn- und Küchenbereich, sehr freundlich, sehr offen gehalten. Hier gleich links die Westterrasse, zwei Linksgroßes Fenster, Dachfenster, mit Abstellraum oder Garderobenbereich. Mehr Blick in den Wohnbereich und offenen Küchenbereich, da gehen wir gleich noch hin. Aber schneid heute ein bisschen, schöne Dachterrasse, westseitig, mit Abstellfläche. Blick in den Garten, kleinen Spielplatz, Stellplatzmöglichkeiten für die Autos. Da hinten rechts am Ende des Blocks haben wir die Möglichkeit, den Müll zu trennen und zu entsorgen. Blick in die Terrasse, westseitig. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Wohn- und offenen Küchenbereich. Super schöner, großer Wohn- und offenen Küchenbereich, schönes Dachgeschoss. Fußbodenparkett. Hier haben wir den offenen Küchenbereich mit Fliesenspiegel und allen technischen Anschlüssen. Wir haben einen ganzen Zweitbezug hier, nach vollem Kernsanierung. Super schönes Dachgeschoss. Jetzt kommt trotz Schneefall die Sonne ein bisschen raus. Schönen Blick aus der Küche zur Terrasse. Aus der Küche Blick ins Wohnbereich. Gehen wir zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Die kleine Ecke hier rechts würde ich nehmen zum Garderobenbereich. Links der Ausgang. Ein, zwei Schlafzimmer. Über hier rechts das Gäste-WC mit großem Fenster. Auf die Fliesenfußboden. Auf die Fliesenfußboden. Dann gehen wir weiter. Dielen-Bereich Richtung Schlafbereich. Hier war das erste Schlafzimmer zum Innenhof. Das ist das kleinere Schlafzimmer. Super saniert. Gelächter skinnel- und investir. Jetzt kommen wir ins große Schlafzimmer mit Ankleidebereich. Ostseitig, großes, gerades Fenster wie im Wohnzimmer. Die Fensterseitig ins große Schlafzimmer. Jetzt kommen wir zum Ankleidezimmer. Schönes, kleines, feines Ankleidezimmer, direkt am Schlafzimmer. Blick vom Ankleidezimmer ins große Schlafzimmer. Dann geht es zurück zum Dielen im Garderobenbereich. Dann haben wir hier das wunderschöne Dusch- und Wannenbad mit Eckbadewanne. Rosenfenster. Panto-Heizkörper. Und dann geht es rüber ins Toilettenbereich und Duschbereich. Natürlich mit Wasserhohnen überall dran. Schönes, große Dusch- und Wannenbad mit Fenster. Zweitbezug nach vollem Kernsanierung. Dann geht es zurück zum Dielen im Garderobenbereich. Wie gesagt, Wohnung mit Buckets. Jetzt sind wir durch die schöne Dreizimmerwohnung mit Gäste-WC in West-Terrasse. Auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, danke.